Liebe und herzlich willkommen zum Sonntag Debt by Daylight Stream. Ihr seht schon, es ist heute ein bisschen anders. Und zwar werde ich heute mal, mal die Killerin spielen. Eine Lieblingskillerin spielen, die Jägerin. Ich hatte ein-, zweimal, oder dreimal sogar mit ihr Offscreen gespielt. Da lief es eigentlich relativ gut, bis auf mit dem Beilwerfen, aber mal gucken. Ähm, mal gucken, wie das, entschuldigt, wie das heute wird. Also es wird definitiv eine Runde jetzt mit ihr geben. Und dann gehe ich wieder in den normalen Überlebensmodus. Das war natürlich auch eine Idee, ne? Ein schatzalberner Griff. Na, machen wir es erstmal so mit ihr. Mal gucken. Mal gucken, ob das was wird. Na, wie gesagt, die letzten, das letzte Mal lief es ja ganz gut. Da ist, glaube ich, nur einer ankommen. Aber, schauen wir mal. Na, ich kann auch keinen Blutpunkt mehr ausgehen. Dann wollen wir mal. Wenn man denn eine Partie zusammenkriegt heute. Ja, und bei ihr ist aktuell das Standard-Skin noch. Ich bin am überlegen, ob ich tatsächlich noch ein Skin für sie per separat hole. Ähm, ja, mal gucken. . Hmm. Na, wenn wir jetzt doch keine Partie finden, dann spiele ich doch erstmal Überlebender. Und mach dann später separat nochmal. Ach Leute, ach kommt schon, macht doch mal eine. Eine reicht doch schon. Keiner Killer, äh, keiner. Dann passen wir uns nochmal ganz kurz ein bisschen an. Da haben wir nix für sie. Okay, da auch noch nix. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, warten wir nochmal zwei Minuten und wenn dann immer noch nichts ist, dann... Okay, dann wird es doch erstmal überlebender werden. Machen wir später vielleicht nochmal Killer, probieren. So, was haben wir denn hier auf das Tisch? Okay, gut, alles klar. So, was ist hier drinnen, ey? Okay. So. 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 Vielen Dank. Krenorst, fängt er gut an. Krenorst. 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 Hallo Lichty. Willkommen im Stream. Okay. Echt jetzt? Du hast jetzt erst die Benachrichter bekommen, dass du das Film alles bekommst. Okay. Was ist das? Halt! Halt! Du hast es öffnet. Du hast es öffnet. Du hast es öffnet. Villasена? callel Ja Der ich hab gar nichts gesagt nicht jeden es 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 Der würde campen, ne? Ja. Ah, nein! Ah, shit! Ach, warum... Mann, ey! Mann, das wollte ich doch gar nicht! Ach, Mann! Ja, was macht die jetzt? Ach, Mann! Ach, Mann! Ich bin zu nah dran gewesen am Ausgang. Wurde rausgeschoben. Einfach mal griff. Verstörend. Dein Terrorradius ist um 26,25 Prozent erhöht. Verdienung... schlampiger Schlachter... Und dann bitterlich. Du holst dich schneller, um das Lohn anzukriegen. Okay. Und er hatte das Memento Mori. Er hätte uns also alle killen können. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. 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 foundsam ist da bei uns. Ja. Okay. Ja. 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 Also wenn das so weiter geht, träg ich so heute noch auf Prestige 4, definitiv. Also wenn das so weiter geht, dann geht das so weiter. Dann habe ich die Plot. gut Wer möchte uns denn in den Garten der Freude entführen? Vielen Dank. Vielen Dank. Na, das lädt doch schon wieder so verdächtig lange. Ja. Ah ne. Wow. So, was ist denn jetzt? So, was ist denn jetzt? So, was ist denn jetzt? Ja. Er hasst mich doch schon wieder. Das ist doch ein Böser. So. Oh, danke. So nett und wird gleich mit geheilt. Dann hat er so, echt so runtergeprügelt jetzt. Ist das dein Ernst? Ah! 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 Komm, ey! Böser Killer! Böser Geist! Ah! 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 Ist ja genau so ein Haikiller. Was ist das so? Läuft! Ja, das wäre mal nett, wenn du das wirklich mal machen würdest. Da sind jetzt bestimmt runtergekloppt auf... auf Null. Ja, das wäre mal nett, wenn du da bist, wenn du da bist. Das war's. 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 Ja, warum sollte ich jetzt mitgehen? Das war's. 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 никacal? Ach, Lichty, das geht doch noch. Ach so, da bist du ganz oben. Ach so. Das war jetzt ein sehr doofes Wortspiel, Lichty. Wirklich ein sehr doofes Wortspiel. Level 40, yay. Okay. Okay. Nein, ich darf nicht in Raccoon. Da will keiner hin. Ach, diese scheiß Polizeistation. Ja, aber diese Map ist kacke. Die ist so verwinkelt. Oh mein Gott. Ah, und ich bin direkt an meinem Generator. Okay. 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 Das ist wirklich hier. Echt? Das ist die Jägerin. Juhu! An welche Stadt ist es denn angelehnt durch die? Okay. 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 Oh mein Gott. Kommt genau auf mich zu. Ich hab genau in den Schrank geguckt, wo ich gerade noch drin saß. Das hört man. Das hört sie. Das hört man an. Oh Gott. Das hört man an. Das hört man an. Das hört man an. Nein, als ob. Mir fehlt gerade nichts anderes einlichten. Lass mich. Ja und wer rettet mich jetzt? Oh, viele retten mich. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Doch. Ach komm ey. Nicht dein Ernst. Ja und die anderen sind schon rausgegangen. Was seid ihr denn für Pisser? Entschuldigung. Ja, die kämpft jetzt. Die wird uns nicht gehen lassen. Die kämpft jetzt. Ja. Ja, wir werden jetzt sterben. Wir werden jetzt irgendwelche krepieren. Ja, danke schön. Ich will sie nicht retten. Ich will sie nicht retten. Ich mag sie nicht mehr. Ach naja. Dumpiger Schlachter. Zermürbende Präsenz. Die Erfolgszonen ausgelöster Fähigkeitschecks werden um 60% verkleinert. Deswegen waren die so klein. Geflüster. Oh nein. Oh nein. Geflüster. Oh, 32 Meter. Alter, was seid denn ihr für Lappen? Schön, dass ihr alle so Lappen seid hier. Ohne Witz. Naja. Die ersten zwei Runden waren gut. Die war auch gut. Nur das Ende war halt kacke. Aber na gut. Ist halt so. Passiert. Egal. Nein. Nicht anpassen. Für Wunder. Nein. 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 Untertitelung. BR 2018 Pam, pam, pam. Mal gucken, vielleicht krieg ich Crazy dazu, dass er auch noch mitspielt. Mal gucken. Oh, ein Kuchen der Flucht. Ja, da krieg ich mehr Wutpunkte. Also noch mehr. Nein, lass den Kuchen. Ich... Ach. Also das ist doch... Nicht der Kuchen. Du kannst doch den Kuchen nicht anfressen. Mann, Mann, Mann. Du kannst doch nicht jeden Kuchen einfach anknabbern. Nein, den darfst du nicht anknabbern. Was stand da gerade mit dem fauligen Nebenholz oder Ebenholz? Ach so, okay. Okay, okay. Gut. Ich hab nur mal im Stream geguckt. Okay, alles klar. Du kannst doch nicht alle Kuchen der Welt anknabbern, Lichti. Da bist du ja dann kugelrund. Um... Um... dann kannst du herumkulern ja super ja super ich kenne die musik aber auch nein es ist der kack clown alle ich bleibe hier am schrank sitzen weil ich dir das ist ja auch ein bisschen komisch wenn das deine ist oder die dich da anruft ja 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 das ist übrigens der schwerste generator hier in der map von der position her da du ja nirgendwo hin kannst ja aber du kannst hier nirgendwo raus das ist das problem ja ja was machen die denn ja 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 ist ja 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 ich aria ja Nein! Ach komm, ich probier's! Und zack! Nein! Ups! Aua! Also ich will ja nix sagen, ne? Aber die Runde ist voll von Arsch! Alter, ist ja nervig! Alter! Boah! Also das war keine gute Runde! Das war so ein richtig schmieriger... Alter Prestige 10! Willst du mich verhindern? Da war mir gar nicht so schlecht! Oh Gott! Oh meine Güte! Wo will die denn hin? Hä, wo will die... Ich weiß gar nicht... Oder weiß die, wo die Luke... Ne, eigentlich war die das... Ne, das ist die Katze... Hä, was... Hä, was... Äh, das hat er jetzt gebracht! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Na, was macht die denn jetzt? Die muss da raus, egal wie. Wenn der jetzt den, die muss da raus, weil wenn der jetzt die Luke findet, muss du so, siehst da? Was macht die denn? Irgendwie ist das bei ihr ein bisschen abgehackt, hä? Ja, der würde jetzt hängen. Jetzt fahre ich auch gerade so richtig leggen. Dann muss ich gleich mal einen Verbindungstest kurz machen. Oh, Alter, oh, Alter, oh, Alter, meine Herren. Ruin, ja gut. Alter, beständig, du spürst keinen Schmerz, du versteckst die Dauer von... Okay, mit Blenden, ja gut, Uneinigkeit. Jeder Generator in einem Umkreis von 128 Metern, der von zwei oder mehreren... Ach, komm, ey. So, dann wartet mal ganz kurz, ihr Lieben, es kann nicht sein, dass jetzt mal ganz kurz das Stream abbricht. Aber das muss jetzt mal ganz kurz sein. staring. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So, und dann sind wir auch schon wieder. Jetzt müsste es gleich wieder funktionieren, hoffentlich. Ja, gut, alles klar. Ja, gut, alles klar. Okay. Okay. Dann machen wir den. Obwohl, ne, ich glaube ich nehme. Okay. 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 Well, okay. Okay. Let's go. Okay. 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 Ich auch nicht lichtige. Ich auch nicht lichtige. Ich auch nicht lichtige. Ich auch nicht lichtige. Okay, also ich beschwärme mich jetzt hier gerade nicht. Aber das ist halt... Weiß ich nicht. Ein paar Punkteform. Also ich beschwärme mich jetzt nicht. Ich schnauze mich. Mehr eigentlich machen wir nicht. Ja gut, gehen wir auch mal raus. Ähm. Okay, wer war's denn? Die Krankenschwester. Okay. Fluch? Was? Aufgezerrte Hoffnung? Alter, das wäre nicht gut geworden. Ähm. Okay. War eine komische Runde. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Na, wer weiß, was da war. Wie gesagt, ich beschwere mich nicht, weil es gibt Punkte, die wir brauchen. Und von da her. Was? WDR mediag so liegt die dann hat sich das mit dem bot ja eigentlich geklärt auf dem discord dann hat sich das ja mit dem bot bei uns auf dem discord also diese projekte jagd erledigt ja mal gucken wie lange das dauert jetzt aber naja naja er geht ja nur wir mussten jetzt so den befehl ändern naja die haben umgestellt das war alle bot erstellern nicht alle jetzt aufgleich funktioniert oder es nicht gleich umstellen können ist ja klar naja von daher das dauert ja auch seine zeit warte mal ab was ist denn los heute partie wurde unterbrochen das wäre der geist gewesen stromstoß schatten verstörend und fluch und passiert gibt es die nächste partie war alles gut also gut ja Ich bin der Klohn, okay. Vielen Dank. Oh, pardon. So, ihr Lieben, das ist erstmal die letzte Runde, dann werde ich erstmal beenden und dann werde ich später nochmal streamen, aber ich muss erstmal was essen. Ja, ich weiß aber noch nicht was. Knödel. Ich denke mal, dass es dann ab 14 Uhr, also ich sage schon mal eine Zeit, ab 14 Uhr geht es dann... mit dem Stream weiter. Ja. 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 Ja, geil. Ja. 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 Doch, es ist schlimm, dass du immer so spät kommst. Also er scheint, ich meinst du, wie es kommt. Ich würde gerne mal wissen, wer der Killer ist. Der eine ist ja direkt... Was? Ach, Viggy! Klasse! Ja, stimmt schon. Ist das ein Gespenst? Ja. Ja. Viggy ne, alles gut! Alter, was ist das so für ein Geist, ey? Jo, hi! Hallöchen, mein Freund! Moment! Hä, was ist er denn? Ah, nein! Ach, da war der... Siehst du, ich zeig mir schon mal den Weg zum Haken. Scheiße, Mann! Zum, zum! Also Viggy, wenn du dann Zeit hast, 14 Uhr geht's dann weiter. Dann hoffe ich, dass du da mal ein bisschen früher zuguckst. Nein, Spaß, als du... Genau. Fummel mich mal. Alter, wie kommt das? Den hast du überhaupt nicht gehört! Boah, Alter! Juhu! Den hörst du überhaupt nicht! Was hat denn der für Perks da drauf? Hier war's drin? Alter! Hä?! Was war das denn?! Das habt ihr doch jetzt auch gesehen, oder? Wie war denn der plötzlich hinter der Palette? Ach, Viggy! Du hingst doch immer erst am... Nee! Am Haken! Weil wenn ich hang, hat man an den Rock geguckt! Scheiße. Ja, wirst du? Ja, ich geb dir gleich mal Ding Ding. Alter, was war denn? Böse, böse. Ganz böser Killer. Schäm dich sehr. Lauf, 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 lauf! Hol' ihn vom Haken! Hol' ihn vom Haken! Oder auch nicht, ich such' die scheiß Luke. Alter, der ist doch direkt, der blockt die die ganze Zeit. Böser Killer. Oh nein! Nein! Ja, da ist der Haken. Willkommen im Chat! Nicht die! Ich bin nicht mal auf die Vlogs von dem gespannt. Uneinigkeit, jeder Generator... Ah ja, das hat man schon. Tödliche Verfolge. Ich glaube, zu Beginn der Prüfung werden die Auren aller Überlebenden für 8 Sekunden angezeigt. Immer wenn die Aura eines Überlebenden eine Zeit lang angezeigt wird, wird die Dauer von 2 pro... Wird die Dauer um 2 pro... 2 Sekunden erhöht. Turmstoß. Gut, das hat man ja schon. Alters. Erhöht die Geschwindigkeit für die Verhüllung um 40% und erhöht die Geschwindigkeit beim... Alters. Einfach nein! Böser Geist. Aber ich muss sagen, wir hatten heute sehr entspannte Runden, die wir jetzt hatten. Ähm... Na, die waren schon... ...hatten schon nichts Schlimmere. So ihr Lieben, damit beende ich den Stream jetzt erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ähm... Ich sag spätestens um 14 Uhr bin ich dann wieder hier online. Und am Streamen auch da bei Daylight. Vielleicht krieg ich dann mal ne Lobby voll für den Killer. Mal gucken. Und... Wir... Ähm... Ne, ich hab wieder kein zum Waiten da. Naja, egal. Schade. So. Dann... Bis später. Ciao. 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 Ciao.